servus herzlich willkommen hier zurück auf meinem kanal ich bin der syrakus und warum ich gerade so entnervt bin das ist jetzt der dritte versuch der zweiten aufnahme ein computer sagt einfach es ist heute zu heiß herz verkühlung ich weiß nicht ob es wirklich daran ist aber das ist jetzt das was ich mir einfach denke er ist das zweite mal in diesem spiel schon abgeschmiert ich glaube nicht dass dieses gute bislang doch wirklich gute spiel für permanente abstürze sorgt hoffen wir mal dass das jetzt nicht noch mal passiert wir haben allerdings ich habe in meinem letzten teil den ich versucht habe aufzunehmen hier ja jetzt schon so ein bisschen was erledigt und gemacht und ich dachte ich probiere mal das ganze neues aus wo ich auch noch nicht so richtig gemacht habe aber man muss ja sich weiterentwickeln ich starte jetzt einfach mal die aufnahme wie ich vorhin aufgenommen habe und lass sie mit euch hier mal gucken wir schauen einfach mal wie es dann da so läuft vielleicht mal vorher einmal die mucke aus sonst haben wir gleich hier doppelkrisseln und dann gehen wir alle mit tinnitus aus so also wie gesagt ich starte jetzt mit euch hier einmal meine letzte aufnahme in der wärme beobachten können dachte erst so bild in bild der zweiten aufnahme gehe ich auch schon darauf ein dass meine erste aufnahme kaputt gegangen ist aber übertreiben also wir starten jetzt hier die zweite und dann gehen wir da einfach mal das was nicht ist denn das ist auch nicht auch mal mit kämpfen jetzt hört er mich schon mal okay der aufnahme unfähig hier ich habe sie eben gerade schon einmal angefangen kommt ja direkt nach unserem ersten part wer den nicht gesehen hat er gerne einmal machen warum funktioniert das jetzt nicht hier die ganzen schönen text die ich eben gemacht habe alle weg und noch mal habe ich die auch nicht bringen naja auf jeden fall ich habe den zweiten part eben schon mal versucht anzufangen ja 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 dann waren wir noch nicht so weit fortgeschritten ich kann euch das jetzt ja auch schon mal vorher probieren können dass wie das funktioniert aber scheinbar dachte ich es würde einfacher funktionieren computer sagt nein machen wir anders dann waren wir es jetzt halt noch mal ist ja kein problem also in der letzten folge haben wir nach zwei überstanden sind jetzt im zweiten tag machen wir so war erst make work make work 0 make work zählen wir da mal nicht mit da soll man ja erst mal so ein bisschen reinkommen hallo sagt man relativ schnell auch hart aufs maul das daraus so wir konnten wir können uns jetzt hier anhand dieses commandes journal durch diese verschiedenen punkte durch hängeln spannend ich schaue mir jetzt mal selber zu etwas zu wählen gleichzeitig so ein bisschen analytic heute machen mich da haben wir ein achievement freigeschaltet das zeige ich euch einmal gerade und ja hier die scavengers camps die können wir jetzt bauen als gebäude und die produzieren dann materialien für uns für neue gebäude außerdem werden wir nächste runde auf jeden fall wahrscheinlich das hier drei schalten was dauer misst normalerweise nach jedem tag wird der einfällt enger sprich wenn uns das hier angucken ist der moment irgendwie hier so so auf dieser höhe er war vorhin noch auf dieser höhe jetzt noch vier felder bis hier unsere stadt anfängt und umso näher der kommt umso gefährlich ist es natürlich weil dann können wir nicht so weit draußen stehen und die horden schon abgefangen niederzumachen und klein zu halten bevor die in den bereich unserer stadt kommen oder unseres dorfes was auch immer das sein soll ich weiß es nicht ist es nichts irgendwie eigentlich ein kleiner außenboss aber um dann natürlich auch möglichst diesen panic level niedrig zu halten ist eine gute sache vielleicht gibt es später auch noch sachen um den nebel ein bisschen weg zu pushen wäre auch nice schauen wir einfach mal die kamera auch ein bisschen weiter runter man sieht gar nicht wenn ich immer so gestikuliere hier die stick gestik einschalten okay also es kämpft das kämpft auch den mist und ich hatte gesagt dass ich bei dem essenzen schon aus noch sparen möchte denn ihr werdet sehen hier 1144 es fehlt nicht viel dann haben wir action points zwei ich habe freigeschaltet und bedeutet neue helden werden mehr generiert sprich nicht mit vier sondern mit fünf mehr points mehr schaden also mehr aktionen mehr schaden sollte klar sein dass das wichtig ist und man wird franzläufig ja noch früh genug sterben und die ausrüstungsgegenstände hier ja vielleicht habe ich eh kein gold oder habe eh was besseres brauche ich jetzt nicht lassen wir es erst mal und so ist es halt also das spiel das gibt so viele optionen möglichkeiten entscheidungen die man da machen kann und es sind einfach unglaublich viele lösungsansätze die man hier geben kann okay gehen wir jetzt hier mal weiter durch nicht an der stelle bin ich mal in vier minuten runtergerissen wo wir ja okay so viel weiter aber jetzt aber okay das habe ich mich auch schon mit beschäftigt so gel unser tag haben wir jetzt festgestellt in lex hier so ein bisschen movement points jetzt können wir versuchen das irgendwie auszugleichen über andere gegenstände dies das bla aber mir hat das eigentlich gut gefallen gel der torwächter der stand da wie so ein feld gefällt mir und darum hause würde ich jetzt hier versuchen erst mal weiter auch darauf zu gehen mit amor mit deutsch mit leben lebensgeneration regeneration vielleicht noch mal gucken dass er einfach jemand zu kommen ja so einen punkt auch einfach zu machen kann und den vehement verteidigt vielleicht ist da die wache die verkehrte weil das ist eine agile waffe so ein sport ihr seht es ja selber das licht darauf aus dass das bewegung und die muss nicht unbedingt vielleicht sein also erst mal erst mal mehr amour mehr deutsch manchmal so ich würde hier das öfters in die videos von leute ist doch deutsch ist schon mal nicht schlecht wir haben noch mehr treffer wenn vielleicht zwei oder drei gegner auf uns einschlagen dass nur die amor weg geht und nicht das leben für mehr also das wird noch länger an einer position wirklich stehen und sie verteidigen können fände ich persönlich nicht schlecht würde jetzt jemand nehmen so und jetzt haben wir hier das nächste was wir wählen könnten lebensregel aufpassen ich würde gerne so auf und mehr dieses ausrufezeichen jetzt sagen ja kein leben verlieren dieses ausrufezeichen hier mehr schaden wir müssen ja nur da stehen und auf die fresse kriegen geht ja nicht das sollten wir nicht kritten war brauchen wir nicht erhöhen gerade bei sechs prozent kriegt das ist bringt noch nichts mehr physischer schaden finde ich nicht schlecht habe ich beim letzten mal ein bisschen verkehrt vielleicht erklärt reliability sprich ist nicht die wahrscheinlichkeit dass er der höhere schaden einer oder einer skills oder ein bisschen am ende hier sprich hier der match 88 98 10 prozent wahrscheinlich dass 98 kommt als 88 nie zu sondern diese distanz dazwischen der minimo oder wirklich der minimum wert erhöht sich um zehn prozent sprich jetzt wenn wir das wählen würde er acht mehr minimum schaden machen und das würde halten so lange gehen bis wir bei 100 prozent sind und wirklich den vollen schaden da verursachen und das ist doch eigentlich auch eine ganz nice sache aber wir gehen hier jetzt erst mal auf mehr maximum schaden so sehr schön danke und als vorwächter fand ich ist dieser trade hier der dieser perk hier einfach unglaublich gut ja okay wenn standing ejection to a building defense or obstacle plus 60 armor und das werden wir häufig als torwächter stehen wir alle nahe sondern einfach mit unserem arsch in irgendeiner mauer im zaun im tor und darum dachte ich der perk ist hier hervorragend geeignet für uns wir müssen nicht noch gucken wegen waffen stimmt wir können ja erstmal noch die gratis sachen schon mal einsacken und dass ich da war ich eben stehen geblieben hat hier was richtig na gott sei dank wir haben es wieder okay es sind tatsächlich die gleichen sachen die wir dann hier noch mal gezeigt wie auch wenn wir eben abgespielt sind die hose plus dreimal plus und später noch mal generation übel übel sprach diese hose nehmen wir auf jeden fall ich würde das schild nehmen okay hier so ein schild ich würde das schild nehmen als sache ja nimm es night shield nimm das night shield offhand shield kommen das schild schau dir die andere sachen steigt schaden sinkt macht bei sechs prozent jetzt auch nicht so viel aus denke ich mal wir haben noch keinen hellen okay 28 armo ist bei beiden gegeben wir machen wir noch physischen schaden drauf beide haben den movement verlust er macht herz generation und blog er macht mehr leben und er bringt uns außerdem noch mal krit nein würde ich jetzt nicht also wenn ich jetzt die ich jetzt auch nicht dann würde ich doch einfach mal noch das schild nehmen weil er hat im moment noch kein schild lang muss ich mir das noch an gucken noch mehr log mehr physische schaden ich glaube wir haben noch einiges gemacht so damit wir schon mal diese gratis sachen durch wir können mal unsere anderen jungs hier noch auf slotten schloten ja rich der match klar logisch natürlich machen wir so groß überlegen oder range hier war es schon ein bisschen schaden fand ich auch nicht verkehrt weil wir haben schon gesehen dass preußen hat gerade die typen mit der rüstung nicht viel leben haben ja 50 leben 100 rüstung halt aber 50 leben das war fast weg da fehlt nicht mehr fehlt nicht mehr viel aber es reicht ja dann auch trotzdem nicht mit 20 prozent mehr sind wir bei 40 also 48 reicht noch nicht außer wir treffen kritisch hohe chance haben wir ja aber hier wieder meiner generation ist geil nehmen wir die skybox da hatte ich mich tatsächlich jetzt noch gar nicht so richtig festgelegt da ist der schaden ja auch unglaublich unterschiedlich wieder ausfahren kann da ist eine große spanne zwischen ob wir hier cherry picking nehmen ich nehme das andere in dem sauber so kann ich irgendwie vorspielen mal jetzt schlechter funktioniert wahrscheinlich weil die anderen haben abgenommen war halt nichts tut einfach steht vielleicht mal wenn er noch wartet aber weiß ich nicht ob wir da so eine effekte von haben klingeln enemy instantly harvests a few additional tainted senses ja auch hier wir killen ja schon eine ganze menge aber ich glaube ich möchte erst mal das nein das ist wichtig umso schneller kommen wir ja einfach daran unsere dorf unsere leute zu verbessern moment mal er sage ich euch hier so sauber alles klar so ok und wir brauchen noch andre hier auch wieder zurück charakter fenster level ab das ist irgendwie alles mumpitz was wir hier als erstes geboten bekommen auch auf der zweiten seite das ist so nah kämpfer und da habe ich gesehen man kann hier auch rollen bis zu zweimal steht hier können wir pro level rollen wir kriegen allerdings weniger auswahlmöglichkeiten was wir picken wollen aber mal gucken so ich bin mal schon ob jetzt beide seiten oder nur eine seite re-rollt wird sogar zwei weniger nur aus die auswahl aus alter also noch die auswahl aus drei aber what the fuck richtig glück gehabt hier hat man hat noch jetzt noch sechs mal mehr wir kriegen jetzt gleich einfach mal gratis sechs mal dazu geklatscht dass es nötig sind gerade mal als magier regeneration 2 die andere seite ist tatsächlich noch die gleiche ok also da werden wir bestimmt auch noch mal wir wollen aber hey hey nice und hier bitte auch ja man kann nicht immer gekommen aber mal wenn man selber sagt was man eben schon gemacht hat ne boring boring wiederholung in der schule früher und auch bei ihnen boring jetzt erstmal auch zu hause wiederholung ist alles langweilig auch zusammenkriegen ok so alle sind durch trainiert aufgepumpt fühlen sich strong healthy und was man da sonst so sagt ne grüßen sie den raus so ach so genau jetzt können wir gucken dass wir unsere leute hier irgendwie einteilen oder dass wir noch weiter natürlich erstmal hier den schrott abbauen um auch platz zu schaffen für neue gebäude das hier zum beispiel steht unglaublich dumm im weg einmal gold jetzt könnte ich mal gerade gucken wir wollen eigentlich eine andere waffe für unseren nahkämpfer haben den können wir auch mal auch mal gerade ausrüsten ok so geht so gail für ihn haben wir doch jetzt hier nee das war nicht aber das war für gail sehr schön ja und man kann ein weiteres waffen set anlegen ich weiß nur noch nicht wann ob das jetzt sofort ist attribute und werte zählen dann und du kannst aber im kampf zwischen diesen waffen sets wechseln falls du sagst am anfang spiel dich los klatsche so ein paar gegner um und auf einmal schon mehr als gleich ständig nach hinten legt man schild an und meinen krassen einhandhammer oder sowas und wenn hier gimme legion zonen auf helms klamm so und wer die hose kriegt sollte auch ganz klar sein andere hier so geht es ja nicht sieht ihm eine hose an jetzt haben wir hier so eine hose hat sowieso so schöne kein anderer aufklebetaschen eine passendere hose für ihn ich kann leider gar nicht so weit wird im video sind er sieht schon nach tank aus dass das gefällt mir ja es gefällt mir auch das finde ich gut finde ich gut so weiß haben wir erst mal verbeinen wir hier was ok doch ja jetzt kommt noch oh ja da können wir dann irgendwelche sportblast scroll ja könnte scheinbar ganz vieligkeit die wir erlernen können ok jetzt schauen wir mal was haben wir denn hier noch so für warten one hand one hand mini weapon schön wäre wenn wir jetzt halt mal gucken könnten was sind das hier für 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 kann man das irgendwie näher an das auch nicht hat uns gleich auf achtung gleich hat er die erleuchtung direkt nehmen aber es ist sowieso schon mal eigentlich so vom schaden her sowieso schon mal besser als unser schwert der mit poten 4 limit poten was so das sind die fähigkeiten effekte ja ich will ihnen wenig genauigkeit steht doch da ach da steht ja gross skills steuerung ok so also wundervoll der erste schlag den er hier machen kann ist ein bash 130 148 guck mal nach was es waren das zweite ist 78 89 schon mal so ein rundum ist crash genau auf zwei ziele mit 100 prozent opportunistik schaden was auch immer das jetzt noch mal heißt und es könnte mich klar dass mehr genau sowas habe ich gesucht doch mega 130 148 zwei action points einmal warum wir überhaupt so viel man mit ihm hatten 1 plus 7 also auf 1 und 7 weitere sind betroffen maximal zwei pro zug damage so also wahrscheinlich das eine ist ja der damage auf das einzigen der andere damage wird jetzt der damage sein der auf die anderen ziele geht würde ich jetzt mal schätzen hier diese 65 bis 74 und dann 60 prozent das ist ja genau das das wollte ich haben also holen wir uns hier mal so eine waffe rein bin ich gut plus 12 multihits born club amor das ist doch vielleicht was für unseren bogenschützen wir finden jetzt ein paar ganz feine ausrüstungsgegenstände und also ich finde es einfach großartig wirklich das ist noch early access du hast schon so viel dass du da achten kannst dass in anderen werten sich irgendwo widerspiegeln was du berücksichtigen muss alternative möglichkeiten dann du das ganze angehst schwerpunkte legst das ist einfach richtig gut und mehr multi hilfs ich finde ich mega 23 gold hat auch kaufen wir mal mit einem kauf lieber ist es passiert aber dass da das ist mir noch zu teuer und ich habe noch nicht so aber wenn das nur so einmalig ist die sind echt teuer auch viel an bana ich glaube das ist noch nichts für uns aber zwei sachen einsetzen dann sind wir schon wieder out of mana okay das ist hier war das wirklich glaube ich nachher nur der wichtig genau heftig aber ich glaube man wird später noch viel mehr fluchen dass man nicht genug skill points hat action points ah ja genau okay das war hier quasi einfach nur so normal wenn du noch mehr action points dann kannst du den vor dein zug endet einfach mehr noch allieren aber macht mir manchmal fehlt dann noch so der letzte ein zwei leute die du weg snappen willst dir entscheidend sind dafür dass du gleich aber ruhe hast wurden short bow was soll der tight volley genau das war sechs leute weiß ich was denkt ihr was was nebeneinander kann man schon im stress halten was wichtiger wäre auch eine ganze menge und das war auch richtig nachhaltig mal bildings die besser sind als andere aber noch viel mal gucken wann da so die profi profis alle anrücken jetzt haben wir hier schon das mit den multi hills wir bleiben aber der armbrust wir nehmen jetzt einfach die etwas bessere armbrust es kommen neue hellen du sagst euch leider wie es einfach ist health movement dort dort jussi blablabla drei der mitsch dafür begebe ich kein geld aus block resistance achso das ist ein schild wollen wir auch nicht wo hier da ist vielleicht einfach nur das bessere buch für andre ja einfach ein besseres buch ja kommt immer das auch so ich war jetzt hier mal raus die immer schnell bei den helden einmal durchgequippen sie ist der andere hier hast du ein besseres buch muss mich gleich auf jeden fall anhalten dass wir noch die letzten sachen durch machen was wir da machen wollen und dann vielleicht wenigstens auch noch einmal die nacht durch zocken ja also also die nachtphase durch spiel uniform und den etwas bessere zeit auch schon wieder im nacken mit diesen ganzen abstürzen aber da hätte ich noch zwei aufnahmen geschaffen eigentlich ärgerlich so abstürzen so jetzt können auch neue strukturen bauen scavengers camp da bauen wir jetzt direkt mal eins hier mal hin das hat jetzt nee das hat keine workers da ist es passiert und dann hört sich nur die ganze zeit ruhigerlich naja so video zu ende danke das schafft für es noch mal erklären so bildschirmaufnahme wie ich spielfeldaufnahme kann weiter hoch wunderbar so ok dann sind wir auch schon wieder ready alle und können hier wieder ein bisschen weitermachen options gehen wir mal wieder dem ganzen bisschen hintergrund so continue gehen wir noch mal rein bei allen uns einfach ich will das video im kasten haben ich habe keinen bock auf aufnahmen 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 aufnahme ein paar minuten beeil mich wir sind bei 25 beste video zeit ist jetzt schon weg so und nein da hat er gar nicht gespeichert an der stelle dann das alles okay kommt das machen wir jetzt aber hier in hurtig hoffentlich funktioniert das alles noch was er nur gesagt amor jawohl hätte ich das gewusst hätte ich einfach noch mal ein video gestartet ist egal das ist jetzt im kasten das nehmen wir jetzt damage ja an die wand mit dem arsch jawohl nächster held dieses holding range damage die mona regeneration sehr schön weiter andre da hat man gesagt wir wechseln auch gut dass dann genau das also dass das genau alles so wieder kommt und hier wussten wir jetzt okay müssen wir nicht gab es denn irgendwas interessanteres ja die health generation weil das gleichzeitig amor ist machen wir so sagt auch hier gut das erledigt wir sacken wie unsere ausrüstung ein die hose das schild wir reißen hier die hütte ab wir bauen ein nein nein ja bauen gebäude am maker noch ein ok zack so bei uns am staff schade dass man da nicht mit nur einem klick das hier so rüber ziehen kann auch schnell jetzt hier auf alles was irgendwie gut war ich glaube das war so ok siehst du bekommst dieses teil du bekommst die bessere hose und das hat mir die schon gegeben das kann weg da das war der alte schild und stefan bekam so eine neue bluse ok shop verkaufen 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 ok jetzt haben wir wieder ein bisschen gold das könnten wir doch noch überlegen ich sparen wir lieber für bessere sachen bild new structures können die zu den buildings schicken wir können noch gebäude abreißen die kommen auch von da oben hier brauchen sie vier sind denn noch die kleinen gebäude zu abreißen hier auch hier bitte abreißen gold wichtig so jetzt haben wir noch ein ding können wir noch irgendwo hinschicken für 30 gold könnten wir das machen da wir können erst mal einen arbeiter hereinschicken dann machen wir das auf jeden fall gold überlegen wir mal gerade noch ja genau wir wollten gucken hier wie peri jawohl 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 nein nicht demolition ah ok hier das denn kann man nicht repairen schade dann build some defenses wenn wir hier so ein tor mal rein da können wir ja rein und raus hier setzt man tor hin ok und das war es dann auch schon mehr geht nicht braucht noch mehr zeug dann könnten wir hier noch mal geld rein stecken damit mehr material vielleicht hergestellt wird oder mehr ihr kommen hier wir brauchen mehr materialien upgrade ok wir sind durch hatten wir das noch nicht das war doch freuen aber schon einmal abgespeichert gewesen meine ich warte war es noch mal gucken und tatsachen ach nein das haben wir jetzt während wir hier rum gedoktert haben wir das freigeschaltet das war jetzt hause hausbildungs adding some workers to the haven ah ok aber noch nicht jetzt aber hier noch irgendwas geschafft jetzt jetzt gucken wir aber nochmal nach hier wo wir da hier nein ok ok weg weg so wurde ich wurde ich jetzt hier aber wir sind mit allem durch ja wir haben geschafft wir haben gebaut wir haben unsere sachen hier gerichtet endphase jetzt können wir uns hier noch so ein bisschen positionieren steht mal hier vorne direkt steht auch mal hier ok ok andre steht eigentlich schon sehr gut da vielleicht noch ein schritt weit hier dass er schneller nach da oben hin kann gut ja vielleicht war das tor zu teuer eben hätte ich lieber die die mauer noch zu gemacht statt ein tor dahin zu setzen durch die dings und wir wollen hier eh nicht durchgehen ok man nennt aus wlan ok deployed endphase so leute und ich würde jetzt an dieser stelle einfach das video cutten bevor wir jetzt wieder hier scheiß passiert hoha und es geht direkt hier richtig los die kommen ja direkt mit voll dampf und schlachten hier unsere kleinen äh Gebäudeteile schon weg ok also wie hat euch das gefallen wie hat euch das gefallen ich hoffe es war ertragbar so ähm wäre ich jetzt auch einfach nochmal machen können wir jetzt noch schneller hätte ich bestimmt auch noch die nacht geschafft aber es reicht ja auch 30 minuten reicht eigentlich wir machen einfach den nächsten part da geht es dann in die nacht und ich hoffe dass das demnächst dann auch mal ein bisschen zügiger funktioniert und wir nicht immer nur einen tag eine nacht wenn doch dann ist das halt so dann muss ich halt öfters mal ein paar hochladen sonst schaue ich mal wie regelmäßig das halt wird wie gut es bei euch ankommt das game hart gibt es auf jeden fall noch mit der nacht da könnt ihr euch freuen und kommentiert was euch auffällt was euch gefällt und was euch nicht gefällt oder lasst es folgt mir auf den anderen Plattformen die ich vertrete und auf den ich vertreten bin und abonniert meinen kanal denn nur dann macht es richtig bock und laune und ich mache noch viel mehr coole videos und lass mir auch noch mehr gerne anderen shit einfallen also bis dahin wir sehen uns ich bin der cyrokus so sage ich das immer am ende wirkt jetzt weird tschüss